So, hier ist wieder euer Zuzu-Typ und zwar geht es diesmal darum, wie installiere ich die Python Imaging Library. So, ihr öffnet wieder euren Browser und gebt in bei Google ein Python Imaging Library. So, dann klickt ihr auf dieses hier und wenn ihr Python 2.6 oder 2.7 oder sonst was habt, nehmt ihr die jeweilige Version. Jedenfalls, wenn ihr Windows habt. Wenn ihr kein Windows habt, dann nehmt ihr dieses hier oben. So, also ausführen. Dann weiter. Falls dieser Pfad nicht stimmen sollte, wo sich Python befindet, bitte ändern. Und hier unten angeben, wo sich, wo es hin installiert werden soll. Einfach so lassen, wenn alles passt. Und dann weiter. Und am Ende auf fertig stellen. Und das war's. Ja, ich werde einen Link in die Beschreibung tun, wie ihr zu dieser Seite kommt. Und ja, bis dann, euer Zuzu-Typ.